weiter geht's nächste runde buzzer bieter chris patrick willkommen ihr habt das spiel ja gesehen ihr wisst worum es geht ich würde sagen wir legen direkt los mit der ersten runde ihr müsst teammates oder menschen aus dem mannschaftsumfeld erkennen und ja die erste person die hat in ihrem junior jahr im college 20,2 punkte gemacht das war unerwartet woher kommt ich habe spielen sehen also ich wusste dass er im baller war er hat um die 20 gedroppt bei marmot es war ja nach der antwort nachbarschule von von familien vordem und ich habe auch erstmal risk it for the biscuit baby damit ist in führung 1 zu 0 die zweite person ist 23 jahre alt ist in der zweiten saison hier war vorher bei göttingen und bei alba berlin ja aber der ist nicht 23 ich habe der ist nicht rein was richtig ist nämlich auch falsch es geht weiter so richtige antwort absolut richtig teammanager enzo neck damit steht es eins zu eins genau kommen wir auch schon zur dritten person diese person hat ihre high school am ende als sie die high school verlassen hat in punkten rebounds 3 pointers und block shots angeführt ist das sechste team der carriere hat im senior jahr 15,6 punkte gescored war da am college william and mary ist richtig du hast auch zuerst gebastet habe ich richtig gesehen damit geht der punkt an dich und du gehst 2 zu 1 sehr sehr schön gut weiter geht es so gebraucht für den ich hatte kein paar bei 30 gegangen das wusste ich nicht ich wusste ich dachte mir nicht dass er schon bei sechs teams gespielt hat das ist tatsächlich das sexy team hier jetzt das hat mich ein bisschen so auf traveste ich habe zuerst an der kill gedacht ja ich auch selbst aber dann war er doch mit drei an und dabei das kann er ja schon so ein bisschen dabei nicht dass da die high school da liegen damit geht es weiter in die zweite runde du führst patrick 2 zu 1 es geht darum bilder zu erkennen ihr seht ihr hier vorne auf dem bildschirm und es geht los wenn ihr denkt die person zu erkennen werden einfach schärfer oder wie genau die bilder werden schärfer mit der zeit das ist dann es wird dann wenn es erkennbar erkennbar wird dann geht schnell könnt glaube ich vielleicht erkennt aus welchem spiel es ist vielleicht auch gleich die person und spiel richtig und das ist punkt für chris damit ist genau ja genau da können wir mit einem halben punkt später noch diskutieren aber erstmal geht der punkt jetzt an chris und schiedsrichter auch genau es geht weiter mit dem zweiten bild also ihr merkt schon es kommt irgendwann der punkt an dem ihr schnell sein müsst wenn es wirklich erkennbar wird es geht um die person im bamberg trikot patrick weiß ja nicht das ist mal die absolut richtig sehr sehr schön damit führst du jetzt mit drei zu zwei und es kommt das letzte bild das wird dieses hier wer ist das können vielleicht schnell einzugrenzen sein worum es geht oder um welche person es geht den haben wir da richtig damit gehen wir mit einem 323 in die letzte runde ist auf jeden fall richtig und das ist die bamberg runde als letztes wie gesagt wenn ihr direkt ohne antwort möglichkeiten die die antwort wisst gibt es drei punkte ansonsten wenn ihr richtig antwortet mit den möglichkeiten einen die erste frage wäre und da gebe ich euch so einen kleinen puffer von plus minus 50 metern und die frage wäre wie hoch liegt bamberg also wie hoch über dem meer das spiegel plus minus 50 genau das ist ein kleinen spielraum ich kann euch aber auch antwort möglichkeiten geben wenn keine von euch sagt mal zocken möchte dann würde ich euch mal die möglichkeiten geben 300 meter damit kriegst du drei punkte sind nämlich 262 und du bist in der range nicht schlecht damit lass mich kurz rechnen 6 zu 3 für dich können wir weitermachen mit der zweiten frage es war 33 und ich krieg drei punkte wenn ich ohne tippe jetzt erraten richtig hast du das bild da schon zu dir gehört hast du mir dazu gerechnet das glaube ich aber nicht es geht zur zweiten frage und zwar die denke ich könnte dir durchaus wissen in welchem regierungsbezirk liegt bamberg patrick oberfranken richtig 9 zu 3 für dich oberfranken es gibt sieben regierungsbezirke in bayern chris unterfranken ist dann auch eins oder wie genau unterfranken mittelfranken der beste ist mir aber auch damit steht es 9 zu 3 mit einer richtigen antwort egal wie hat patrick die chance auf den auf die gesamtführung du hast natürlich die chancen zu verkürzen die gesamtführung ja ja es gibt ja ein tableau über die wochen hinweg wir kommen zur letzten frage und die wäre welchen namen trägt die universität in bamberg kann euch auch die antworten möglichkeiten geben das würde ich jetzt auch mal machen warte 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 weißt du es ich glaube aber er hat ja auch noch antworten möglichkeiten dann gebe ich dir euch mal das wäre entweder die otto friedrich universität ja absolut richtig 10 zu 3 der sieg für dich patrick starke leistung und ja damit auch die führung in der gesamtwertung wir schauen mal wie es sich noch weiterentwickelt ob du dir behältst vielen dank auf jeden fall fürs mitspielen und viel spaß gleich im training danke danke